so da wären wir wieder im spiel die aufträge und gleich noch mal ich darf noch mehr schön davon habe ich ja noch namenloser ort namenloser volk und synthese material 2 die blüte im sturm was brauche ich denn ep material 16 von denen oder 8 von denen oder nur credits credits sind hier langweilig es ist doof dass man nur das icon sieht blumen und ansehen verdünnte äther ist eigentlich immer ganz gut erfahrungsmaterialfiguren 1000 figuren ep naja zum hochleveln um 1000 ist auch nicht viel oder hier gibt es 8 hier gibt es 8 und dann gibt es 16 also eigentlich ist es wurscht die flamme bilden die flamme bilden die flamme bilden die flamme bilden ja davon habe ich genug ja dann würde ich sagen machen wir das hier nicht die hätte dann hoch besser ich hab sie gerade erst eben 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 erst ich hoffe das ist sofort da kommen wir auch mal wieder zurück dann beginnen wir mal hier mit dem 20 stunden und nehmen die jetzt mit den Pfeilchen nach oben ich glaube nämlich die sind äh zumindest bei Genshin Impact war das so die haben einen ganz kleinen Bonus gekriegt dafür steht die und dann holen wir uns da und dann haben wir schon so viel das hier ich stehe welche mit Pfeil nach oben eine mit Pfeil nach oben und hierfür der ist Pfeil nach oben nehmen wir mal her da nehmen wir mal her da diese drei die 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 das das ist Das war's für heute. Ja. 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 Jetzt kommt's. Es wird schwierig. die sind alle 45 keine spuren da gibt es noch was die sind alle immer auf 10 Die 2er brauche ich doch nicht. 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 Die 1er brauche ich doch nicht. Ich spiele schon auf Stufe 2, oder? Ja. Oh. Ja, time to kill! Survive or be destroyed. There is no other choice. Time to kill! Rules are made to be broken. Time to kill. Time to kill. Now, time. Time to kill. Time to kill! Survive or be destroyed. There is no other choice. Das war's. 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 Das war's.